Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich nehme mich heute wieder mit durch den Tag. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. Ja, wir haben es, was haben wir denn? 9.06 Uhr. Es ist Mittwoch und ich habe gleich ein Zoom-Meeting. Da freue ich mich sehr drauf, wollte euch aber vorher erst mal begrüßen. Hier sieht es auch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Also wirklich, ich habe ganz viele Sensi-Pakete fertig gemacht. Da. Die Küche sieht aus. Oh, meine Kamera fällt auseinander. Die Küche sieht aus, als wäre irgendwas explodiert hier. Ich weiß nur nicht was. Also alles beim Alten und ein ganz normaler Haushalt. Darum muss ich mich heute kümmern unbedingt. Und ja, Wetter ist sehr bescheiden. Es regnet. Es regnet und ist dunkel. Passend gestern zu meiner Stimmung. Meine Stimmung war gestern, ich hatte gestern wirklich einen doofen Tag. Kennt ihr solche Tage? Mit Sicherheit kennt ihr solche Tage. Ja, ansonsten würde ich jetzt erst mal sagen, wir legen los. Viel Spaß. Darf natürlich nicht fehlen, wie immer meine Sensi-Lampe, die an ist. Hier sieht es so aus. Die Spülmaschine ist schon fertig. Die muss jetzt ausgeräumt werden. Hier steht noch das Essen von gestern. Hier sind die ganzen Pakete. Ich habe gestern ein paar Kerzen gekauft, weil der jetzt mit Feline irgendwas machen wollte. Ich weiß das nicht genau. Die Pakete bringe ich heute alle weg. Meine Kaffeemaschine ist auch schon bereit. Gleich für den zweiten Kaffee. Und hier habe ich mein kleines Sensi-Lager aufgebaut. Das kennt ihr ja, glaube ich, auch schon. Da sind die ganzen Proben drin, Flyer drin, Prospekte drin. Also alles, was das Herz begehrt. Und so sieht es jetzt gerade hier aus. Der Tisch ist Gott sei Dank wieder einigermaßen leer. Das Paket muss ich noch verpacken. Da muss ich einmal hinten zu uns in die Garage und einen passenden Karton finden. Meine Tulpen gehen immer so schön auf in dieser Vase. Das ist eine Kehla-Vase und ich sage euch, ich liebe sie. Also jeder Cent ist diese Vase wert. So, das, wie gesagt, verpacke ich gleich noch. Und du bist auch wieder da, ne? Er hat gerade ein Leckerchen bekommen, Rinderpansen. Ja, deswegen guckst du auch so, ne? War es lecker? War lecker, ne? Wir waren gerade draußen bei diesem Schmuddelwetter. Und ja, so sieht es jetzt hier aus. Unordnung pur. Ich muss alles erstmal hier aufräumen. Aber erstmal ist gleich das Zoom-Meeting dran. Dadurch, dass ich jetzt das Esszimmerlicht anhabe, ist es jetzt ein bisschen hell. Ich muss gerade mal oben in die Kamera gucken, dass das ein bisschen... So, also. Mein Hut will aufmerksamkeit. Ich habe mich jetzt gerade geschminkt. Heute wieder ein bisschen stärker. Aber ich bin irgendwie so in dem Schminken versunken. Es hat so Spaß gemacht. Und weil viele immer fragen nach dem Lidschatten, den ich benutze. Ich benutze diese MAC-Palette. Die habe ich mir in Amerika gekauft, als wir da waren. Ich kann auch nicht mehr gerade so wirklich lesen, irgendwas mit Buff, was das für eine ist. Und da benutze ich halt immer alle Farben gemischt. Und ich hatte mal in meiner Glossybox, richtig cool, von Bella Pierre Cosmetics, so einen Lidschatten, so eine Lidschatten-Palette. Und da ist auch dieses Glitzer her, was ich jetzt neuerdings nehme. Weil mein Art Deco Glitzer-Lidschatten ist schon alle. Und der muss neu bestellt werden. Ja, genau. So, das ist quasi jetzt mein Look für heute. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen und dann geht's ans Arbeiten. So, da bin ich wieder. Das Ganze hat jetzt tatsächlich zwei Stunden gedauert. Es war wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr erfolgreich. Viel Input, aber zwei Stunden. Wir haben es jetzt zwölf Uhr, ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen. Und mein Hund dreht gerade durch. Ich habe ihm gerade die ganzen Pfoten trocken gemacht, Leute, meinen Boden. Guckt euch das an. Es ist einfach nur... Ja, was soll ich sagen? Ich habe komplett alles trocken gemacht und trotzdem sieht mein Boden so aus. Ich, äh... Ja, wenn man natürlich auch so ein Wetter draußen hat, braucht man sich nicht wundern. Wobei ich ihm echt schon gut trocken, äh, die Pfoten gut trocken gemacht habe. Worauf wartest du? Erwartest du jetzt gerade irgendwas? Wie kann ich dir helfen? Was ist los? Ach, du siehst da oben die Leckerlis. Alles okay, Boy? Bryce, alles gut? Alles gut? Manchmal weiß ich nicht, was mit dir los ist. Ja, alles gut, ne? So, ich liebe sein Fell. Ich liebe sein Fell. Es ist so schön. Und windig ist es draußen. Meine Güte. Ist übrigens ein gutes Thema. Ich habe... Also, ich komme einfach nicht mehr hinterher mit Wischen, Saugen, meinen Boden irgendwie fresh zu halten. Es sieht hier katastrophal aus. Der Boden ist so schmutzig. Und ich habe jetzt geguckt und gesucht nach einem Nass- und Trockensauger. Bin fündig geworden. Ich habe den Red Decay bestellt. Den zeige ich euch mal. Der lädt hier jetzt gerade. Ich wollte das heute mit euch tatsächlich mal zusammentesten. Guckt euch an. Ihr seht ja, wie dreckig der Boden ist. Und das ist von... Ich glaube, zwei Tage ist es jetzt alt, wo ich zuletzt gewischt habe. Es ist einfach mit Hund, Kind der Jahreszeit nicht vermeidbar. Ich glaube, hier kann man das jetzt auch wirklich ganz schön sehen, dass der doch ganz schön dreckig ist. Guckt euch das an. Und ich möchte jetzt einfach einen Sauger haben, der beides macht. So. Ich möchte wischen und saugen. Ich brauche das. Das dauert mir sonst alles viel zu lange. Und ich verlinke ihn euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Werdet ihn jetzt aufladen. Und dann werden wir da mal mit zusammen saugen. Ich bin ja ein Fan von einfachen Sachen. Und das ist auf jeden Fall eine einfache Sache. Da ist jetzt Wasser drin und Reinigungsmittel. Und das hier wird einfach hier oben reingeklickt. Und hier unten ist dann quasi der Schmutzwasserbehälter mit dem Filter, den ihr dann einfach wechseln könnt gleich. Ihr habt übrigens auch, wie ihr hören könnt, einen Sprachassistenten dabei. Den werde ich gleich umstellen. Ich bin mir sicher, dass man das wahrscheinlich auch umstellen kann. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Wonach ich übrigens geguckt habe und was mir wichtig war, dass er quasi drei Sachen hat. Saugen, Wischen und Selbstreinigen. Ich habe nämlich keine Lust, diese Bürste oder sonstiges selber unter dem Wasserhahn zu reinigen. Er hat die Selbstreinigungsfunktion. Auch die zeige ich euch gleich. So. Wir werden das gute Stück jetzt mal testen. Und direkt anschmeißen. Mal gucken, wann was dabei rauskommt. Also eins muss ich sagen, was sofort auffällt, ist die Handhabung. Der Griff hier ist super klein. Der Sauger ist super wendig. Man kann ihn wirklich sehr, sehr gut schwenken. Das hat mir jetzt gerade sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja hier Fußbodenheizung. Deswegen trocknet das hier jetzt relativ schnell. Aber ich muss sagen, es gefällt mir gut. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen zur Seite. Ihr habt ja das vorher gesehen. Es ist auf jeden Fall streifenfrei. Und ich zeige euch jetzt mal hier ein Vorher. Hier kann man das natürlich jetzt richtig schön sehen, weil das Licht hier so rein scheint. Also der ganze vordere Flur ist gesaugt. Das waren jetzt keine drei Minuten. Und wisst ihr, was mir richtig gut gefällt? Ihr seht ja, wie gleichmäßig der wischt, ne? Also der macht keine Schlieren oder ist nicht zu trocken und auch nicht zu feucht. Da hinten trocknet es schon. Ich bin gespannt gleich, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Aber es gefällt mir schon mal richtig gut, weil es geht schnell. Es ging mir ja tatsächlich. Primär ging es mir eigentlich darum, dass ich wischen kann. Und wenn ich da noch zeitgleich saugen kann, ist das natürlich das Beste, was man haben kann. Erster Eindruck super, super gut. Gefällt mir gut. Ich bin begeistert. Ganz ehrlich, das sieht super aus. Also im Gegensatz zu vorher ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es sind keine Streifen. Es ist auf jeden Fall richtig schön getrocknet. Und das gleiche auch hier am Küchenboden. Ihr habt hier unten den Knopf, den betätigt ihr einmal. Und dann fängt er an, sich einmal komplett selber zu reinigen. Besser geht es doch nicht, oder? So, und ich werde jetzt mal das Schmutzwasser leeren. Dazu macht ihr einfach oben den Deckel ab. Das Ganze könnt ihr natürlich hier auch einmal mit Wasser abspülen. Oh mein Gott. Und das war nur der normale Boden, ohne dass mir irgendwas umgekippt ist. Oder dass ich irgendwas ausgeschüttet habe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich den Boden monatelang nicht geputzt habe oder gewischt habe. Krass, was da rauskam. Und das Schöne ist dabei, ihr spült den einfach mit Wasser wieder aus, setzt ihn wieder ein und könnt weitermachen. Das liebe ich. Wenn ich euch neugierig gemacht habe auf den Red Key, dann schaut gerne in die Infobox. Ich verlinke euch den da. Durch den Link bekommt ihr sogar noch ein bisschen Rabatt. Der kostet um die 200 Euro jetzt. Nicht viel mehr. Durch den Link, da könnt ihr ein bisschen was sparen. Und ja, probiert ihn gerne aus. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn klasse und werde jetzt mal komplett hier einmal weiter die untere Etage sauber machen. Und dann hole ich schon Philly. Also viel geschafft habe ich auch nicht. Die Sensi-Pakete, die möchte ich unbedingt heute noch wegschicken. Also in eine Packstation bringen und den Rest dann halt, wenn Philly da ist. Ich gehe jetzt, wo seid ihr? Da seid ihr mit Bryce nochmal raus. Es regnet. Mein ganzes Haus ist leer. Ich habe keinen Regenschirm hier. Dafür ist mein Auto, glaube ich, mit drei Regenschirmen bestückt. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall einmal zum Auto. Windig, stürmisch, Regen. Gar keine Lust. Aber wer einen Hund hat, geht bei Wind und Wetter. So muss das sein. Der Hund muss raus. Auch wenn wir einen riesen Garten haben. Ich nehme immer, klar, Kackbeutel. Und da nehme ich immer ein paar Leckerchen mit. Gerade jetzt so. In der Pubertät mehr als wichtig. Siehst du auch so, ne? Gehen wir Gassi? Gassi? Ja, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Es riecht natürlich hier aus der Schublade nach allen möglichen Sachen. Hier liegen schon die Rinderohren. Jetzt muss ich mal gucken, was ich denn hier so Gutes mitnehme. Hier könnte ich auch mal wieder aufholen. Herrgott. So, was haben wir hier? Ah! Ah! Ah!